Wandheizung alle Vorteile auf einen Blick. Bist du gerade am überlegen ob du daheim eventuell eine Wandheizung installieren willst und du möchtest oder du möchtest einfach noch mal die Vorteile auf einen Blick haben, dann ist dieses Video perfekt für dich. Denn dieses Video hat sich zum Ziel gesetzt alle Vorteile von der Wandheizung schnell und einfach auf den Punkt zu bringen. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus und wenn ihr euch für alternative Baukonzepte interessiert, dann abonniert gerne diesen Kanal. Jetzt geht's sofort los mit Vorteil Nummer 1 und zwar die Optik. Eine Wandheizung ist optisch einfach wunderbar schön. Man hat keine Heizkörper und ist gestalterisch einfach freier. Klar kann der eine jetzt sagen, ja aber ich kann ja nichts an der Wand aufhängen. Doch man kann auch Sachen an eine Wand aufhängen, wo Wandheizung drin ist. Es gibt spezielle Thermofolie, wo man die Rohre sichtbar machen kann, wenn sie warm sind und dadurch sieht man dann, wo man reinschrauben kann an die Lehmwandheizung, so dass man halt kein Rohr trifft beim reinschrauben in die Wand. Vorteil Nummer 2. Eine Wandheizung beugt Schimmel vor. Was meine ich damit? Da die Wandtemperierung über die ganze Fläche verläuft, wird jegliche Feuchtigkeit, die im Mauerwerk ist, auch nach außen gedrückt. Das bedeutet, es kann sich kein Wasser im Mauerwerk ansammeln. Wo kein Wasser ist, ist auch kein Schimmel. Das heißt, kein Schimmel kann entstehen. Eine Wandheizung beugt Schimmel vor. Vorteil Nummer 3. Eine Wandheizung schützt das Mauerwerk. Ja, warum schützt das Mauerwerk? Ja, in erster Linie vor Kälte und Nässe. Das belastet nämlich auch das Mauerwerk. Auch wir werden belastet, wenn es immer kalt ist und nass, dann wird unser Körper auch leicht zerfallen. So ist es beim Mauerwerk auch. Ein Mauerwerk fühlt sich auch wohl, wenn es immer leicht temperiert ist. Jetzt könnte man ja meinen, die Kritiker, die wieder sagen, ja, aber dann heize ich ja mit der Wandheizung nach außen. Dann heize ich ja das Mauerwerk mit. Ja, in gewisser Weise wird natürlich Wärme an das Mauerwerk abgegeben, aber bei Wandheizung oder auch allgemein Flächenheizung haben wir immer sehr niedrige Vorlauftemperaturen und dadurch, dass das Mauerwerk immer leicht temperiert wird, kommt auch weniger Kälte von außen nach innen rein und das gleicht sich dann so gesehen aus und so wird auch, wenn man das Mauerwerk mit heizt, keine Energie verschwendet. Im Gegenteil, dadurch, dass man das Mauerwerk leicht mit heizt, kommt wie gesagt weniger Kälte von außen nach innen und man braucht weniger Energie zum Heizen. Vorteil Nummer 4, natürlich das super gute Raumklima. Einmal begünstigt, natürlich, wenn man mit Lehm arbeitet. Ja, man kann auch einfach so mit Lehm im Innenraum arbeiten. Dazu haben wir schon viele Videos gemacht, aber wenn man mit Wandheizung arbeitet, hat man nochmal ein besseres Raumklima. Warum hat man das? Weil die Wand komplett abstrahlt und sich das unfassbar angenehm anfühlt. Erstens deswegen, aber auch zweitens, weil da die Wärme von der ganzen Wand wegstrahlt, findet keine Konvektion im Raum statt. Das heißt keine Staubaufwirbelungen. Ihr könnt mal gucken, an normalen Heizkörpern zum Beispiel, ist eine punktuelle Wärmequelle. Das heißt, die warme Luft steigt nach oben, zieht kalte Luft von unten an und dann entstehen Luftwirbel im Raum. Deswegen ist auf einem Heizkörper meistens Staub. Vor allem bei den alten, da war es noch schlimmer. Bei einer Wandheizung ist das nicht der Fall. Da findet keine Konvektion statt und ist deswegen noch mehr für Allergiker geeignet, wie Lehm sowieso schon ist. Also Wandheizung ist wirklich das Beste. Vorteil Nummer 5 sind die niedrigen Vorlauftemperaturen. Bei einer Wandheizung haben wir sehr niedrige Vorlauftemperaturen, im optimalen Fall 35 Grad. Es kann aber auch mal ein bisschen mehr sein, bis zu 40 Grad oder in Sonderfällen kann man auch mal 42 Grad einstellen, wenn es mal sein muss im Winter. Aber im optimalen Fall hat eine Wandheizung ca. 35 Grad um den Dreh rum. Und das fühlt sich super angenehm an und mit diesen Vorlauftemperaturen kann man unfassbar viel Energie sparen. Optimal kombinierbar ist das natürlich mit Photovoltaik, diese niedrigen Vorlauftemperaturen oder Solartenie. Um zu schauen, dass eine Wandheizung nicht über- und unterdimensioniert ist, machen wir bzw. die Firma WEM Berechnungen. Wir sind ja Partner der Firma WEM und wir machen diese Berechnungen, um zu schauen, dass eine Wandheizung nicht über- oder unterdimensioniert ist. Wenn ihr da Beratungshilfe braucht, dann sind wir oder WEM natürlich immer für euch da. Link zu uns hier oben, Termin vereinbaren. Und wenn dich die Firma WEM noch mehr interessiert, dann gibt es da ein sehr spannendes Interview von mir und dem Herrn Gerd Meurer, einer der Gründer von WEM. Wenn dich das interessiert, das packe ich auch noch da oben rein. Vorteil Nummer 6 ist das super angenehme Wohlbefinden. Ja, einfach Behaglichkeitsgründe. Viele unserer Kunden haben auch eine Wandheizung einfach aus Behaglichkeitsgründen. Eine Wandheizung fühlt sich einfach unfassbar wohl und angenehm an, weil das eine angenehme Seitenstrahlung ist und eine sehr leichte, sanfte Infrarotwärme. Einfach super klasse, fühlt sich prima an. Das Upgrade dazu wäre noch die Deckenheizung. Ja, fühlt sich noch mal etwas angenehmer an, wie eh schon die Wandheizung, weil die natürliche Wärmequelle ist ja die Sonne und da kommt die Wärme ja auch von oben. So auch bei der Deckenheizung kommt die Wärme auch von oben. Ein weiterer Vorteil von Deckenheizung ist, man kann es auch zum Kühlen einsetzen im Sommer. Kalte Luft sinkt nach unten und deswegen eignet sich gerade in Gebäuden, wo viel gearbeitet wird. Auch im Sommer in Bürogebäuden eignet sich zum Beispiel eine Lehmwanddeckenheizung. Sehr, sehr gut. So, jetzt alle Vorteile nochmal auf einen Blick. Erstens die Optik, zweitens es beugt Schimmel vor, drittens es schützt das Mauserwerk, viertens super gutes Raumklima, fünftens niedrige Vorlauftemperaturen und sechstens das super angenehme Wohlbefinden. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr über alternative Baukonzepte herausfinden möchtest, gerne diesen Kanal abonnieren. Schreib uns gerne deine Fragen in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage. Weitere Videos wie immer hier und hier. Wir wünschen euch unabhängig davon alles Gute. Euer Lukas von Natur, BorscheTVs. Ciao, ciao.